um ich habe auch ein Textur-Bahn ich nehme gerade auf Lülle ich brauche einen Textur-Pack ich hoffe ich ich es ist das ist das HD und das ist irgendeinmal eins was ich da mit dem Link bekommen hat von der Leckertschwiller und wird den Drehchen und Guck mal um ich hielt es sich das aus der Anlegung Schick gibt es dir einfach später ok kann sie mir auch jetzt schicken nein weil ich kann am aufnehmen bin ich habe noch ein Mod installiert. Die Diamantenfaust. Das interessiert mich nicht. Die ist lustig. Das interessiert mich trotzdem nicht. Nimmst du wirklich gerade auf? Ja, wie man unschwer in der roten Zahl oben links... Kannst du mit dir aufnehmen? Nein, du kannst nicht mit mir aufnehmen. Julian, ich will, dass du mir jetzt... Kannst du mir ein YouTube-Konto erstellen? Erstell dir selbst ein, du hast eine E-Mail-Adresse. Ich hab's versucht, hab ich aber nicht hingekriegt. Okay, ich lass uns jetzt noch eine Aufnahme drin haben. Die sagen, ich soll meine... Die sagen, ich soll meine Handy-Nummer angeben. Es ist optional, die Handy-Nummer anzugeben. Du musst das nicht ausfüllen. Nur die mit diesen Sternchen musst du ausfüllen. Ich hab' meinen die auch nicht angegeben. Ich bin ja nicht blöd. Aber meine Telefon-Nummer nicht angegeben, glaub ich. Hab' ich nicht. Nein, nur meine E-Mail-Adresse. Welche? F-Multi-Wenn? Nein. Ich hab' überlegt, dass ich eine Aufnahme drin zu lassen. Soll ich das jetzt drin lassen oder nicht? Ja, bewegt dich mal kurz. Ich will mal wissen, wie sich so herum aussieht. Geh' mal hier drauf hoch. Nein! Ist das die, wer dich denkt, die es ist? So, Leik-Headschon-Villa. Wie ist das Leik-Headschon-Villa? Mann! Du hast keine Ahnung. Hat jemand... Google ist bei YouTube. Ähm, das ist ne... Oh, meine Maus. Das ist so ne Art kleiner Wettkampf-Challenge. Ne Adventure-Map erstellt. Mit Regeln und alles. Da ist es jetzt aufnehmen... Spielen und aufnehmen. Was ist der Sinn da? Das... Hier rauszukommen und ne Dir-Mann-Spiel-Zacke herzustellen, um Obsidian-Blöcke zu zerkloppen, um aus dem Haupteingang rauszugehen. Abgesehen davon, dass man die ganze Wunder rumzerkloppen kann. Kannst du's mir jetzt nicht gut schicken? Wie soll ich da schicken? Ich bin in Aufnahme. Da schneid' ich dann einfach raus, mach kurz Pause und dann mach... Ich kann's dir nicht schicken, weil's von meiner extern ist dich dran ab, weswegen das läuft. Sag's mir, was schäf' du bist und schick' Lass' dir selbst runter. Und wo soll ich runterladen? Gib bei YouTube Like-Headschon-Villa ein. Also Like-Headschon-Villa. Ja, oder geh auf den Kanal von Like-Headschon-Villa und geh da auf das Video drauf, Mann. Like-Head-Shot. Raus! Du magst definitiv zu gerne Ketchup. Nein, du bist nicht wieder da. Ich lass' da definitiv drin, um ihn zu blamieren. Oh, hier ging's nur hier hoch. Ah... Ja... Ich muss dir nicht ernsthaft aufschreiben, wie das geschrieben wird. Und lass dir ja nicht einfach so Taschenduch ein. Ich brauch' das Taschenduch, um meine Nase, Loi. Da ist immer noch alles. Und da ist noch... Ich geb' dir mal die Pakete, die auf den Nachduch stehen. So... Loi-Ketchup. Ist das wirklich ne Mail? Ja... Und der Sinn ist, es da durchzukommen. Das ist das, was du richtig an Hobbies sagst. Geheimgang gefunden? Hm... Hm... Spinnen sitzen aus, ob ich... Dein Marco Spinnnetz. What's the... Ähm... Ich seh' hier nichts. Äh... Jump in... Ah... Ich hab' hier mal ein paar Sachen. Gut, dass hier eine Tür ist. Äh... Treppe. Nicht Tür. Treppe. Ich komm' hier raus. Okay, ich kann den Weg sehen. Oh... Oh... Glaube ich. Okay... Peaceful... Äh... Wär echt gut, weil sonst wär' ich schon lange am Wasser abgekratzt und... Oh... Ich hasse Treppen. Oh... Ich hab' uns Spinnen wegen. Oh... Ficken, wer hat diese scheiß Idee gehabt? Man sieht ja nichts. Ich könnte zwar meine Eimer... Hey, ich hab' jetzt Eimer. Cool. Hehe. Ich könnte jetzt meine Eimer davor... Oh! ...schmeißen, um den Weg zu erkennen, aber dann muss ich sie wiederholen und deswegen sowieso runterspringen. Also, nein. Ist ja nicht so heiß. Man kann sich ja auch auf die Schwere abmachen, ne? Aber man kann sie trotzdem noch erkennen. Eine schmale Grat. Ich finde meine, ich muss besser in dem Spiel werden bei Mario Party. Da war ich eigentlich immer richtig gut drin, aber... Letztens... Oh... Ja... Vielleicht... Wer die Aufnahme gesehen hat, wird wissen... Oh... Ja... Nicht gut geworden. Nein! Ich bin jetzt... Ich musste da... Autsch... Autsch... Okay... Ich gehe nicht den Weg. Ich wollte da rüberspringen und abkürzen. Aber ich bin zu blöd für Jump'n'Run Passagen in Minecraft. Und in diversen anderen Spielen. Aber das Licht ist definitiv nicht lang genug an, um den Weg zu erleuchten, selbst wenn man sich beeilt. Ich könnte jetzt zwar abkürzeln, indem man hier rüberspringt, wenn man allwegs dazu in der Lage ist und das kann und so... Was? Warte! Oh! Ich wollte nicht A drücken. Ich wollte Schiff drücken. Ja, ich kann mich noch nicht mal mit meiner neuen Taskatur zurechtfinden. Nicht, dass sie anders wäre als meine alte, aber ich brauche eine Ausrede. So, ich drücke jetzt einfach Shift, weil mit Shift kann ich glaube ich nicht runterfallen. Außer wenn ich da nicht langsamer, worauf ich besser aufpassen kann, wo ich hingehe. Oh mein Gott, wie lange ich hier jetzt schon aufnehme. Das wird definitiv nicht alles an einem Tag hochgeladen. Das hier wird definitiv über die Nacht hochgeladen. Das heißt, ich werde jetzt, nachdem ich es irgendwie geschafft habe, noch zwei Diamanten zu finden, die ganze Nacht wahrscheinlich überrendern und dann morgen die ganze Zeit über hochladen, so. Zwei 1-Stunden-Parts dauert bei mir wahrscheinlich neun Stunden. Da mein Internet wahrscheinlich abkriegt, werde ich das in 15 Minuten-Parts stückeln, die ich dann hochlade. Alle haben wir alle hintereinander. So, hier. Bingo! Danke, dass ich den ganzen Weg nicht zurückgehen muss, obwohl das wäre auch der einzige Ausgang, also. Ah, der war das. Okay, 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 okay. Das minimiert ja alles Verdächtige stark. Nee, ich spring da oben noch mal rein. Ich kann mir nicht merken, was da stand. Gut. Ciao, mein... Komischer Freund ohne Hintergut geschickt. Obwohl ich ja sogar so gerne. Wehe, du kommst hoch und fragst mich was. Schlimmer auf, meine Kinze macht. Ich lass das alles in Aufnahme, ich hab keinen Lust was drauf zu stellen. aus dem ich sowieso vergessen das macht es das macht es echter Julian das ist schon echt genug meine Fans wartet mal ich muss meinen Bruder kurz zeigen wie man das bei YouTube sucht oh du sprichst mit Leuten die nicht existieren wow sie existieren sie sind nur gerade nicht anwesend nein sie existieren nicht Habe ich schon eingegeben da kommt irgendein Ballerspiele raus erstes Video von LikeHeadShot das soll natürlich zusammengeschrieben sein LikeHeadShotVilla erstes Video auf LikeHeadShot weil stumpf mit meinem Result Bild ja und nun? Download Link für Mega Upload Download Link für Mediafire da hast du eine ZIP-Datei das ziehst du dann raus dann öffnest du das du legst die Regel weg und alles durch und dann packst du den Ordner Villa unter Saves um auf Saves zu kommen muss ich dir alle drei Sachen downloaden? nur eben das hier dann hast du eine ZIP-Datei die ZIP-Datei speicherst du dann ab also legst du runter und speicherst sie ab und öffnest sie und extra hier ist das alles extra hier ist das jetzt das du machst das zum du speicherst das neu als normalen Ordner ab den Inhalt und dann packst du Villa unter den Minecraft Ordner Saves um auf Saves zu kommen gibst du hier unten Prozent App Data Prozent ein außerdem ist das alles noch außerdem ist da bei dem Teil eine Installationsanweisung vorhanden wie man das denn jetzt installiert wo ist die Installation? zeig die mal die ist in dem Ordner den du da runter lädst und der Ordner heißt HTTP www du gehst einfach auf das Kanal auf das Video in die Beschreibung und dann klickst auf den Gottverdammten Link ist das denn so viel verlangt aber wenn du es mal mir unangenehm kann es schwierig du meinst ich hab's nicht du sollst der LikeHeader zusammengeschrieben eingeben das ist die gleiche Suchmaschine nein mach du nicht aber ich schreibe immer falsch wie wird's geschrieben? 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 L I K E H E A D S H O T ich bin am Verzweifeln gerade Übrigens alle werden mitkriegen wie dumm du bist du bist ja reingekommen und hast gelabert ist ja nicht meine Schuld ich bin ein schöner Kühlschrank jaaaah Buttonsmashing hilft nichts verdammt verdammt neben der Tür kann ich nicht lang So Stoff wer hatte die Idee mit dem Kühlschrank es passt was zum Make aber verdammt ich find mich hier nicht zurück hier ist doch garantiert ein Kristall verstärkt Diamant Entschuldigung so es hat sich jetzt drei Türen geöffnet gut dass man hört welche äh wie sich die welche ob die Türen sich öffnen oder schließen ich will nicht so offen aber wenigstens habe ich Luft getan ok ich hoffe jetzt auch mal dass mir das irgendwas gebracht hat die Kühlschrank ist leider immer noch abgeschlossen da ich meine Zunge nicht verlieren will was für das Let's Play ein bisschen schlecht wäre ich frag mich übrigens wer sie als erstes verloren hat dann